Willkommen bei Better Board Games, dem Kanal, auf dem sich alles um die besten Brettspiele dreht. Ich bin Thomas und in diesem Video erkläre ich euch die Spielregeln zu Paleo. Paleo ist ein kooperatives Familienspiel für zwei bis vier Spiele ab zehn Jahren mit einer Dauer von etwa 60 bis 90 Minuten, erschienen beim Hans im Glück Verlag. Und in diesem Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Mitgliedern eines Steinzeitstammes, die die Umgebung erkunden, Ressourcen sammeln und Gegenstände bauen, um das eigene Überleben zu sichern und Abenteuer erleben, um dann das Spiel gemeinsam zu gewinnen oder zu verlieren. Legt als erstes die drei Tableaus des Basislagers, der Wildnis und der Nacht so in die Tischmitte, dass alle Spieler sie gut erreichen können. Stellt dann die Werkbank neben das Tableau des Basislagers. Zur Vorbereitung des Basislagers nimmt ihr die drei Kartenstapel der Menschen, Träume und Ideen, mischt diese getrennt voneinander und legt sie auf die entsprechenden Felder auf dem Tableau. Legt dann die Ressourcen, Nahrung, Stein, Holz sowie die Schadensplättchen als allgemeinen Vorrat neben die Tableaus. Ihr startet das Spiel bereits mit fünf Nahrung, legt also fünf Nahrungsmarker auf euer Basislager. Sortiert die Werkzeugplättchen nach ihrer Art und legt dann fünf Fackelplättchen, fünf Faustkeilplättchen und fünf Sperrplättchen auf die entsprechenden Plätze der Werkbank, denn diese Gegenstände könnt ihr bereits von Beginn des Spiels an bauen. Alle übrigen Werkzeugplättchen legt ihr vor die Werkbank. Stellt den Friedhof neben die Werkbank und haltet die beiden Würfel bereit. Zur Vorbereitung des Nachttablots legt ihr die Geheimniskarten ungemischt, also in der vorgegebenen Nummerierung auf das entsprechende Feld und legt die fünf Siegpunktmarker und die fünf Totenköpfe neben dem Nachttablo bereit. Nun müsst ihr noch den Kartenstapel zusammenstellen. Ihr verwendet in jedem Spiel die Basiskarten, zu erkennen an der 1 in der rechten oberen Ecke, und die Karten von mindestens zwei Modulen. Im ersten Spiel verwendet ihr die Karten der Module A und B. Die Module kommen auch mit Missionskarten, die legt ihr heraus und legt sie unterhalb des Nachttablots bereit. Manche Module enthalten auch Ideen. Diese könnt ihr von Beginn des Spiels an auf die Werkbank stellen und auch die entsprechenden Werkzeugplättchen dazulegen. Nun werden die Basiskarten und die Karten der beiden Module miteinander gemischt und der fertige Kartenstapel wird dann unter den Spielern gleichmäßig aufgeteilt. Dabei kann es vorkommen, dass nicht alle Spieler exakt gleich viele Karten bekommen. Zu guter Letzt nimmt sich jeder Spieler noch zwei Menschenkarten vom Tableau Basislager und legt diese offen in seine eigene Auslage. Sollten auf den Karten Werkzeugplättchen abgebildet sein, nehmt euch auch diese aus dem allgemeinen Vorrat. In Paleo gewinnen oder verlieren wir alle zusammen. Wir gewinnen, wenn wir fünf Siegpunkte sammeln, dargestellt durch so Puzzleteile, die am Ende die Höhlenmalerei eines Wammuts ergeben. Wir verlieren, wenn wir insgesamt fünf Totenköpfe sammeln. Im seltenen Sonderfall, dass wir bei einer Aktion gleichzeitig unseren fünften Siegpunkt und unseren fünften Totenkopf erhalten, gewinnen wir dennoch das Spiel. Paleo ist in eine Tag- und eine Nachtphase eingeteilt. Am Tag machen wir unsere Aktionen, erkunden die Umgebung, erleben unsere Abenteuer und in der Nacht müssen wir dann immer unsere Stammesmitglieder ernähren und auch schauen, ob wir die jeweiligen Missionsziele erreicht haben. Wenn nicht, dann sammeln wir jede Menge Totenköpfe und dann könnte das Spiel schneller vorbei sein, als uns lieb ist. Wenn der Tag beginnt, nimmt jeder seinen Kartenstapel, nimmt die obersten drei Karten, darf auch die Reihenfolge hierbei nicht verändern und sucht sich dann einen Ort aus, den er erkunden möchte. Man sieht auf der Rückseite dann immer, wo es einen hinverschlagen könnte, aber was dann genau passiert, das wissen wir an der Stelle noch nicht. Auf dem Basislagertableau findet ihr eine Legende, die euch zeigt, was ihr auf den Vorderseiten der Basiskarten am ehesten zu erwarten habt. Aber sicher sein könnt ihr euch hierbei nicht. Dann sucht sich jeder eine Karte aus, die er spielen möchte. Die anderen werden in nicht veränderter Reihenfolge wieder auf den Stapel zurückgelegt und wenn es alle gleichzeitig gemacht haben, dann drehen alle gleichzeitig ihre Karte um und dann können wir schauen, was wir dort entdecken und welche Aktionen wir zur Verfügung haben. Auf vielen Karten habt ihr mehrere Aktionsmöglichkeiten zur Auswahl. Die verschiedenen Aktionsmöglichkeiten sind auf getrennten Steintafeln abgebildet. Ihr könnt euch nun für eine dieser Aktionsmöglichkeiten entscheiden und diese Aktion durchführen. Beim Früchte sammeln besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr mit drei Nahrung oder mit nur einer Nahrung nach Hause zurückkehrt. Bei vielen Aktionen benötigt ihr als Voraussetzung bestimmte Fähigkeiten, die in der geforderten Anzahl als Symbole auf euren Menschenkarten oder den euch zur Verfügung stehenden Werkzeugen abgebildet sein müssen. Wenn ihr zum Beispiel drei Früchte sammeln wollt, benötigt eure persönliche Menschengruppe zwei Wahrnehmungssymbole. Falls ihr Werkzeuge zur Bewältigung der Aufgabe benutzt, achtet darauf, ob es sich um dauerhaft benutzbare Werkzeuge oder Werkzeuge mit einem Einmaleffekt handelt, zu erkennen an diesem Pfeil unterhalb des Fähigkeiten-Symbols. In diesem Pfeil muss das Werkzeug nach der Benutzung abgeworfen werden. Bei vielen von diesen Karten muss man dann auch Karten von seinem Deck auf den Ablagestapel werfen. Und das ist eine ganz spannende Mechanik, denn dieser Kartenstapel repräsentiert nicht nur die Orte, die man erkunden kann, sondern auch die Zeit, die man zur Verfügung hat, um sein Abenteuer zu erleben. Das hier ist sozusagen die Länge eines kompletten Tages. Und wenn dieser Stapel einmal durch ist, dann ist der Tag vorbei. Das heißt, macht man Aktionen, bei denen man viele von diesen Karten abwerfen muss, dann hat man da halt relativ zeitaufwendige Sachen gemacht und dann kann man halt eben nicht so viele Sachen in seinem Zug machen. Immer dann, wenn wir eine rote Gefahrenkarte abwerfen müssen, verletzen wir uns und dann bekommen wir einen Wundenmarker, den wir auf einen unserer Stammensmitglieder legen müssen. Und wie wir schon sehen, ist da begrenzt Platz. Und wenn alles mit Wundenmarkern vollgelegt ist und dieser Totenkopf abgedeckt wird, dann bekommen wir einen Totenkopf. Sollte dabei der letzte Mensch eurer persönlichen Gruppe sterben, ist das Spiel dadurch nicht gleich verloren. Außer natürlich, ihr habt damit den insgesamt fünften Totenkopf gesammelt. Ansonsten dürft ihr euch dann aber eine neue Menschenkarte vom verdeckten Stapel des Basislagertableaus nehmen und das Spiel gemeinsam mit den anderen Spielern fortsetzen. Manche Werkzeugplättchen lassen euch übrigens Schaden abwehren oder heilen. Findet ihr dieses Symbol auf einem Plättchen, dann könnt ihr damit Schaden in dem Moment, in dem er auftreten würde, vermeiden. Dieses Symbol bedeutet heilen. Damit könnt ihr Schadensplättchen von Menschen eurer Gruppe wieder entfernen. Bei manchen Karten sehen wir dieses Symbol, nämlich, dass wir die Karte, nachdem sie erfüllt worden ist, auf den Friedhof werfen müssen. Das heißt, die ist dann komplett aus dem Spiel. Macht natürlich auch Sinn, wenn wir irgendwo ein Tier erlegen, dann gibt es das halt natürlich nicht mehr. Die meisten Karten bieten auch die Option, dass man auf seine eigene Aktion verzichtet und einem anderen Spieler hilft. Da werden dann die Symbole, die man auf den Karten und auf den Gegenständen findet, von mehreren Spielern zusammenaddiert und somit kann man dann auch schwierigere Aufgaben meistern. Hierbei gibt es einige Dinge zu beachten. Wenn du dich dazu entscheidest, einem anderen Spieler zu helfen, darfst du den Schaden, den er bei dieser Aktion erleiden würde, übernehmen. Auch die Beute dürft ihr unter euch aufteilen. Muss der Spieler für das Erfüllen der Aktion jedoch Karten abgeben, dann darfst du keine Karten für ihn abgeben. Werkzeugplättchen dürfen während dieser Aktion unter den Mitspielern nicht getauscht werden. Wenn wir diese Karten ziehen, bleiben wir im Lager und dann können wir meistens neue Stammesmitglieder rekrutieren, Traumkarten ziehen oder neue Ideenkarten ziehen, die uns dann ermöglichen, neue Gegenstände herzustellen. Neue Menschen zieht ihr vom entsprechenden Stapel und fügt zu eurer persönlichen Gruppe hinzu. Traumkarten zieht ihr ebenfalls vom entsprechenden Stapel und legt sie unbesehen oben auf euren eigenen Nachziehstapel. Dadurch werdet ihr in eurem nächsten Zug die Möglichkeit haben, einen Traum zu erleben, der euch zu neuen Tieren oder Orten führen kann. Wenn ihr euch dafür entscheidet, eine neue Idee zu haben, zieht die oberste Karte vom Ideenstapel und fügt diese Karte und die dazugehörigen Werkzeugplättchen der Werkbank hinzu. Dieser Gegenstand kann nun von euch hergestellt und dann benutzt werden. Die Aktionsmöglichkeit Werkzeuge herstellen findet ihr auch häufig auf den Zuhausekarten. Wenn ihr euch für diese Aktion entscheidet, dürft ihr eines der auf der Werkbank verfügbaren Werkzeugplättchen bauen. Gebt dazu die entsprechenden Ressourcen ab, nehmt euch das Werkzeugplättchen und legt es zu eurer Gruppe. Im Gegensatz zu den Ressourcen, Stein, Holz und Nahrung, die auf dem Basislager deponiert werden und stets allen Spielern zur Verfügung stehen, gehört ein Werkzeugplättchen dem Spieler, der es hergestellt hat. Ein Werkzeugplättchen darf nicht einfach an einen anderen Mitspieler abgegeben werden. Beachtet, dass ihr bei den meisten Karten auch ganz auf die Durchführung einer Aktion verzichten könnt. Eine Ausnahme hiervon stellen jedoch die roten Gefahrenkarten dar. Hier ist es in der Regel so, dass ihr die entsprechende Aktion durchführen müsst. Es handelt sich quasi um eine Herausforderung, die ihr zu bestehen habt. Solltet ihr das nicht können, bekommt ihr eine Strafe in der Form, dass ihr beispielsweise Werkzeugplättchen abwerfen müsst oder Schadensplättchen bekommt. Auf manchen Karten werden wir dann angewiesen, bestimmte Geheimniskarten zu ziehen. Und da steht immer die jeweilige Nummer drauf. Die suchen wir uns dann raus und drehen die Karte um. Und da erleben wir dann je nach Modul irgendein besonderes Extra-Abenteuer. Sobald dann jeder seine Karte abgearbeitet hat und seine Aktion durchgeführt hat, werden die in Sachen alle auf den Ablagestapel gelegt. Und dann geht es weiter. Dann ziehen wieder alle drei Karten vom Stapel nach, schauen sich die Rückseite an, überlegen, welchen Ort sie aufsuchen möchte, wählen alle gleichzeitig aus, legen den Rest zurück und dann wird wieder gleichzeitig umgedreht und diskutiert, welche Aktionen wir in welcher Reihenfolge machen wollen. Sobald dieser Kartenstapel leer ist, ist für uns persönlich der Tag zu Ende und wir gehen schlafen. Es kann mal passieren, dass die anderen Spieler noch Karten haben und die spielen dann noch so lange weiter, bis sie auch keine Karten mehr haben und auch ins Bett gehen. Man kann auch jederzeit freiwillig die restlichen Karten seines Nachziehstapels abwerfen und früher ins Bett gehen, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, dass man nichts Sinnvolles in der Runde mehr beitragen kann. Und sobald alle schlafen gegangen sind, beginnt die Nachtphase. Jetzt müssen wir alle unsere Menschen mit einem Nahrungsmarker ernähren. Für jeden, den wir nicht ernähren können, bekommen wir einen Totenkopf. Und wir müssen die Missionsziele checken und auch dort bestimmte Ressourcen und Gegenstände abgeben. Und wenn wir das nicht können, kriegen wir meistens auch einen Totenkopf. Sollten wir nach der Nacht noch leben, dann beginnt der nächste Tag. Dazu nehmen wir alle Karten des Ablagestapels. Die werden dann neu gemischt und danach wieder ganz gleichmäßig unter allen Spielern verteilt, sodass jeder wieder einen Nachziehstapel hat. Und da beginnt der nächste Tag, der genauso abläuft vom Prinzip her wie der Tag zuvor. Und das Ganze machen wir so lange, bis wir entweder fünf Totenköpfe gesammelt haben und damit das Spiel verlieren oder fünf Mammutpuzzleteile gesammelt haben und das Spiel gewinnen. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie kommt man denn nun an diese Siegpunktmarker, an diese Mammutpuzzleteile? Und das erfahrt ihr, wenn ihr das Spiel selber spielt, denn die Antwort findet sich auf der Vorderseite dieser Karten. Und je nachdem, welches Modul ihr spielt und welches Abenteuer ihr erlebt, kriegt man die Siegpunkte auf unterschiedliche Arten und Weisen. Im Beiblatt des Regelheftes findet ihr eine Übersicht aller Module, deren jeweiliger Schwierigkeit und auch ihrer jeweiligen Besonderheiten. Das heißt, welche Missionskarten, Ideenkarten und Geheimniskarten das jeweilige Modul beinhaltet, ob die Würfel in diesem Modul zum Einsatz kommen und ob spezielle Regeln beachtet werden müssen. Das Beiblatt enthält darüber hinaus Vorschläge, wie ihr die Module zu einzelnen, aufeinander aufbauenden Leveln kombinieren könnt. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt die gerne unten in die Kommentare und ich werde versuchen, euch alles so ausführlich wie möglich zu beantworten. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit eurem Steinzeitabenteuer.